Wir, das Unternehmen Electrocycling GmbH, betreiben eine der größten und modernsten Verwertungsanlagen Europas. Die Jahreskapazität liegt bei rund 50.000 Tonnen. Die Verfahren werden immer weiterentwickelt und verbessert. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum, wie zum Beispiel die Erstellung Ihres individuellen Entsorgungskonzeptes, der Demontage Ihrer Industrieanlagen bis hin zur Datenlöschung und Datenträger-Recycling. Zudem erstellen wir ein praxistaugliches, geschlossenes Verwertungssystem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. All unsere Tätigkeiten erfolgen nach den Bestimmungen und Anforderungen von WEEE Richtlinie zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten und des Elektrogesetzes und werden kontinuierlich von unseren qualifizierten Mitarbeitern überprüft und dokumentiert. Benötigen Sie diese genauen Informationen für Ihre Auswertung, So ist es selbstverständlich kein Problem, Ihnen diese Daten zukommen zu lassen. Sie können sich sicher sein, dass Ihre Altgeräte nach Abgabe laut Vorschrift und umweltbewusst verwertet werden. Die nach dem Recyceln zurückgewonnenen Primär- und Sekundärrohstoffe werden zum Beispiel an Schmelzwerke und Energiegewinner geliefert. Unsere Arbeitsweise ist transparent. Wir pflegen eine aufrichtige und faire Kommunikation, beraten objektiv und zuverlässig. Mit sicheren Methoden und Prozessen realisieren wir Ergebnisse mit wirtschaftlichen Erfolgen und nachhaltiger Wertschöpfung. Elektrocycling – das Beste für Elektro-Altgeräte.